So, jetzt machen wir mal den zweiten Teil vom Quietschlorén. Nur für Leute, die es gerne sehen möchten, wie es fertig ist, weil das hätte sonst zu lange gedauert. Ja, und wir haben uns entschieden, den, äh, machen das Lauchkollege morgen. Ich tu das jetzt hier portionsweise, den Rest einfrieren, weil da kann man ja mal Lauchsuppe machen, oder wo ich das auch gerne mache, wenn wir Hähnchen machen, so eine Paprika, also eine Hähnchenkalle mit Paprika und... Weißt du, dass ich Lauch früher gar nicht gerne gegessen habe? Ja, ich auch nicht. Du auch nicht? Genau wie Rosenkohl. Da habe ich mich auch nie gefreut, wenn man so Lauch gemacht hat. Aber ich mag das. Aber da war ich Kind, so ein Jugendliche, ja, lecker mit Schnitzeln, mit Frikadellen, so. Okay, Lauch ist geil, ist auch eine Zwiebelsaufte, ne? Ja. Da ist ja Lauchzwiebel. Ja, das tun wir dann in der Frühschrank gleich. Gucken wir aber erstmal unsere Quitsch, ob die was geworden ist. Okay. Ja, kochen, bist du Spezialist drin? Na ja. Ich mach das so wie, wie die meine, ne? Hast du ja schon mitgekriegt. Bin ja auch schon viel kritisiert worden. Mach das so, mach das so. Aber jeder macht das ja auch halt anders. Ja, aber komischerweise alle, die hier bis jetzt gegessen haben, haben gesagt, das ist super lecker. Ja, die haben vielleicht nicht gesehen, wie ich es gemacht habe. Oder gestern war doch eine geschrieben. Ach, ich habe noch nie gesehen, dass man so Sauerbraten macht. Hab ich gelesen. Ja. Sag ja, jeder macht das anders. Wie machst du den Sauerbraten? Was haben wir denn falsch gemacht? Keine Ahnung. Kannst du nicht sagen. Da sind aber noch keine Schöne vor. Ja, in der Küche ist die Elke der Chef, ne? Ja. Meine ich. Meine ich. Boah. Was war das? Öfen. Ja, ich warte auf dich. Du bist Chefkoch. Ich geh mal auf die Seite. Ich hab die jetzt abgedeckt. Boah, die sieht aber echt gut aus, ne? Damit die nicht zu schwarz wird. Dann tue ich da immer noch zum Schluss so ein bisschen weg. Alufolie. Das mache ich auch wenn ich Pizza mache. Oder Lasagne, ne? Ja. Damit man das nicht zu schwarz wird. Okay. Ist doch gut geworden. Boah. War jetzt insgesamt eine halbe Stunde da drin, ne? 30 Minuten ist das jetzt, ja? Ja. Das sieht aber gut aus. Das sieht aber gut aus. Ja, jetzt nicht gedacht. Ne. Ich finde auch. Mal gucken. Jetzt musst du die auch ein bisschen abkühlen lassen, ne? Ja, sonst kann ich die nicht schneiden. Ja, dann läuft die wahrscheinlich raus. Da ist noch ein bisschen flüssig drin, ne? Ne, ist gar nicht flüssig. Achso. So, wir essen dann. Ja, mach du mal fertig. Ich film weiter, bis du das erste Stück gegessen hast. Achso, ehrlich? Ja. Ich habe gedacht, du wolltest das jetzt ausmachen. Ne. Ich will auch dein Gesicht sehen, ob dir das schmeckt. Ich möchte lieber dein Gesicht sehen, wie das schmeckt. Na gut, dann esse ich das und dann drehen wir die Kamera. Ja. Bin mal gespannt. Und das macht man immer mit Blätterteig oder mit anderen Sachen? Ne, normalerweise wird doch nur beteigt. Dann sind wir dafür. Aha. Ich habe jetzt dazu noch nicht. Ja. Du weißt doch, ich back nicht so gerne. Ja. Ne? Du bist nicht der Backer, ne? Ne. Pizza kann ich gut backen. Ich kann gut Pizzateig. Da brauche ich auch kein Maß. Das mache ich. Können wir doch mal machen. Oder wir können mal eine frittierte Pizza machen. Habe ich auch noch nie gegessen. Lecker. Wie so eine Kalzone. Die kann ich nächste Woche Sonntag machen. Wir haben früher so oft gemacht. Weil ich war ja immer in Napoli. Und dann gibt es die an jeder Straßenecke, ne? Ja. Und mein damaliger Freund, weiß ich ja. Der Pino. Immer lecker, wirklich. Also das heißt, du nimmst den Teig, wirfst alles da drauf, machst ihn rundherum zu. Und frittierst den. Ja, du kannst da rein. Ich mag es am liebsten nur mit Tomate, Mozzarella. Also. Ja. Und ein bisschen frisches Basilikum rein. Und die schmecken. Und die schmecken. Nuglich. So. Dann versuchen wir alles anzuschneiden. Ja. Ja. Das sieht juda aus. Und die tiert jetzt zu essen. Ja, man fragt mir ja so die Idee, ne? Ja. Das ist der alte Süßigkeitsschrank. Das ist der alte Süßigkeitsschrank. Hier. Muss ja mal aufräumen. Ja. Ja. Wo ist denn mein Liebchen? Kuchen. Keine Ahnung. Hab ich nicht. Dann nimmst du ein anderes. Ja. Wenn wir jetzt hier eine Stunde suchen, das ist ja auch doof, ne? Was? Wenn wir jetzt hier eine Stunde suchen müssen. Ja. Aber was soll ich machen? Ja. Was soll ich machen? Was soll ich machen? War ja ein schöner Heiß, wa? Ja. Aber nicht so viel. Ja. Quietsch Lorraine. Sophia Lorraine. Na, das hat nicht so geklappt. Nee. Komm, da wird doch einfach drauf. Ist doch egal. Ist ja nur für mich. Schade. Und für mich nehme ich ein... Und das ist der Nachteil am Blätterteig. Aber egal. So. Jetzt sauge ich gleich weg. Ja. So. Der ist auch, glaube ich, noch zu heiß. Weißt du? Mhm. Okay. Genau, wenn man kann. So. Wir haben keinen Tischdeckchen, aber ist egal, oder? Nee, ist egal. So. Du musst dich mal filmen. So. Du musst dich mal filmen. So. 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 Man kann sich jetzt ausmachen. Schmeckt nach Speck, nach Lauch, nach Ei. Ja. Super gewürzt und total lecker. Boah. Geil. Ja. Wenn es mir geben, mach dich aus. Dann kannst du ja mal essen. Ja, ich will auch mal vomиров想sten. Next I can try. Das schmeckt echt gut. Richtig lecker. Also Rezept kriegt ihr von der Elke, aber habt ihr ja gesehen beim letzten Video. So sieht es also aus. Wir wünschen euch einen guten Update. Aber ein bisschen mehr abkühlen lassen, weil es noch zu warm ist und das ist dann so eine Matsche. Okay, bis bald. Tschüss.